halli hallo miteinander und weiter geht's mit der serie mit dem blog von action und dieser rahmenstand schablone verlinke ich euch und jetzt möchte ich mit dieser stand schablone mit euch was machen ja wie auch bei amazon gekauft und verlinke ich euch und ich euch wieder mal den blog und zwar diesen und das papier habe ich daraus genommen habe ich schon mal einmal gestanzt und das ist das papier von action und dieses hier und ihr wisst ja dass das glitzer papier echt eine die weiße und die habe ich schon mal ausgestanzt und ich will den ja noch mal aus tanzen moment der kommt hier rauf und zwar mit den weißen glitzer papier und das mache ich mit euch zusammen damit ihr seht wie ich das mache und zwar habe ich diese metall stand schabler platte die verlinke ich euch auch könnt ihr mal über rein machen wenn ihr die nicht hat ist es nicht schlimm weil ihr könnt auch opfer papier nehmen das heißt ihr packt einfach zwei lagen oder drei lagen papier hier drauf und nehmt eure platte und kurbelt es dann durch ich nehme jetzt wie gesagt diese platte hier ich verlinke ich die ich finde die gerade bei so widerspenstigen papier wie dieses papier halt ist und dann kugeln wir mal fleißig mehrmals durch 1 und 2 3 4 noch eine runde und die biegt sich dann immer packst du beim nächsten mal einfach andersrum rein und schön und dann finde ich das mit euch zusammen auseinander damit ihr einfach seht das ist auch bei diesen stand schabon die manchmal und wie gesagt vor allem bei diesem papier ich möchte die ja unterschiedlich machen und ich fange jetzt einfach mal mit denen an mit dem bin ja schon habe ich schon angefangen damit ihr das sieht das auch wieder spendstiges papier nutzbar ist wie gesagt opfer papier ist wenn ihr einfach zwei drei lagen kopier papier dazwischen da drauf legt und ist dann also über eure stand schablone legt und ist dann damit durch kurbelt wie gesagt das ist die stand schablone ist super aber dieses papier was ihr natürlich jetzt benutzen wollte ist furchtbar weil es franzt es franzt aus und es ist blöd aber ich wollte das gerne benutzen und deswegen wollte ich euch aber auch mal zeigen dass manches papier mit den richtigen hilfsmitteln trotzdem geht also man braucht jetzt ein bisschen um das hier raus zu machen es geht relativ gut weil ich es halt auch vier mal fünf mal durch genudelt habe und die macht es trotzdem vorsichtig weil ich nicht möchte dass das papier einreist das ist übrigens glaube ich das sechste video was sie heute mache ihr kriegt die videos ja jeden tag ein video während ich in berlin bin wobei ich überlege ob ich dieses video schon mal heute noch mal hochlade heute ist sonntag und zwar der 13 also nächste woche fahren wir wie gesagt nach berlin und habe heute schon ein video hochgeladen aber vielleicht lade ich euch das heute auch noch hoch dann habt ihr schon mal was worauf ihr euch freuen könnten nämlich dass ihr in der zeit jeden tag ein video von mir kriegt das will hier irgendwie nicht ein theoretisch könnte man es auch drin lassen ist da oben ich probiere es natürlich gleich trotzdem unter normal umständen hätte ich das jetzt schon ausgestanzt und wird euch nicht zeigen aber falls ihr euch diese stand schablone auch holt und dann dieses papier benutzt und euch dann denkt warum hat anja uns das nicht gezeigt habe ich mir gedacht dann zeige ich euch wie das jetzt hier geht und dass es auch wenn es rumzickt trotzdem relativ gut für die verhältnisse von diesem papier ihr könnt es natürlich vorskippen oder doppelte geschwindigkeit machen damit ihr jetzt nicht die ganze zeit zuguckt und zuhört was ich hier sage allerdings wenn ihr das natürlich nicht zuhört und ich vielleicht irgendwelche sachen sage die wichtig sein könnten für die neulinge dann ist es natürlich doof weil ich es nicht gehört habe für alle neulinge auf meinem kanal schön dass ihr da seid und ihr kriegt bei mir immer alles zu sehen auch wenn irgendwas schief geht und ich das verhaue kriegt ihr das trotzdem zu sehen ich schneide meine videos nicht damit will ich nicht sagen dass es schlecht ist wenn man seine videos schneidet ich mache das nicht bei mir kriegt ihr alles zu sehen weil alles was ich falsch mache müsst ihr nicht mehr falsch machen hier ist jetzt aber echt mal ich lasse den drin weil ich will das jetzt nicht hier auf dem letzten drücker ähm ich klebe den einfach auch noch mal rein der hier den ich da rausgenommen habe ich will das nicht kaputt machen und deswegen lasse ich das jetzt drin ich habe den deswegen zweimal ausgestanzt weil ich natürlich ich wollte euch das hier jetzt drauf machen nein quatsch wieder so rum und das weiße denn die weiße schrift hier rein machen und dann mache ich hiermit auch noch mal eine karte aber das mache ich nicht jetzt ich mache jetzt hier nur die schrift raus damit ich die gleich benutzen kann weil wie gesagt die will ich jetzt gleich hier drüben mit rein machen die offensichtlich so dass ich jetzt alles rausnehmen könnte natürlich dann noch dann weiß die weißen bäume nehmen und die silberne schrift mal gucken falls ihr das hören solltet dass da gerade jemand kratzt das ist mein kater pinsel pinsel ist der rot getigerte der hier auch ab und zu mal ins bild springt der gerade an unserer türmatte der innentürmatte sich die krallen schärft so dann gucken wir doch mal gleich weil ich das jetzt sowieso schon draußen habe welches von beiden wir jetzt darauf machen das silberne mit der silbernen schrift oder umgekehrt ich weiß nicht warum der jetzt hier an der ecke mich ein bisschen ärgern will dass er hier nicht so raus will aber ich glaube die silbernen bäume finde ich hier schon ganz schön drauf so und jetzt will ich wie gesagt eigentlich hier nur die schrift raus haben weil ich die da drüben einsetzen will damit es sich ein bisschen einfach ein bisschen anders ist also wie gesagt mit opferpapier oder mit dieser metallplatte könnt ihr halt auch schwierige stanz schablonen beziehungsweise schwierige papiere stanzbar machen also wie gesagt gerade bei diesem papier und schrift ist meistens worst case geht nicht und deswegen finde ich ganz schön dass das halt mit dem metall teil geklappt hat ich bin mir recht sicher dass das auch mit opferpapier klappt vielleicht müsst ihr dann sechs mal hin und also sechs mal hin und her nudeln damit ihr es raus kriegt aber ihr seht man kriegt sind so ich habe ja immer mein handy hier vor der nase für den fall der fälle dass irgendwas wichtiges ist da ja mein erwachsener sohn in bonn wohnt der das natürlich gar nicht braucht aber als mutter ist man ja irgendwie immer mutter und auch wenn das kind erwachsen ist denkt man man muss 24 7 erreichbar sein also ich jedenfalls ja so hier noch schnell das hoch raus und dann können wir das schon kleben ja also ich weiß noch nicht wann ich dieses video hochlade ob ich das heute am sonntag hochlade weil den hier wie gesagt will ich da jetzt rein machen oder ob ich das mit der mit den anderen in reihe mache weil ich habe schon ein paar von diesen videos jetzt gemacht mit diesen blog ich dödel muss ich ja so rum machen weil die bäume ja sonst schräg sind jetzt also ich bin ja ein dussel habe natürlich nicht darauf geachtet als ich das jetzt ausgestanzt habe muss ich kurz mal überlegen finde ich so ein schöner oder so rum und das ist ein bisschen rüber guckt ich fange immer wieder mit dem grauen an aber irgendwie finde ich immer wieder das grau eigentlich doof weil es keinen guten kontrast hat und sehen wir dann von denen was so und das quasi hier so ein bisschen raus gucken lassen könnte ich machen oder ich stand es noch mal aus und mache es quer und ihre dazu das so zu machen ich habe natürlich nicht darauf geachtet dass also müssen wir das noch mal schnell machen und wie immer verlinkt ich euch alles was ich genutzt habe und was sie irgendwie bei amazon oder bei kraft ich bin nie gekauft habe unten in infobox sind affiliate links das heißt ich kriege eine minimale provision meistens sind winzige fennig beträge von dem was ihr denn wenn ihr was bei amazon braucht also erwähnt es immer mal wieder unten in der infobox ist es auch geschrieben aber immer immer zwischendurch sage ich das mal damit dass damit ihr das einfach ist so also jetzt mache ich den etwa wer verrat so so finde ich das nämlich besser und dann der karte aber so muss ich den dobs dann auch wieder wegschneiden wie ich das immer mache weil die mich stören der hebelschneider ist übrigens auch in meiner infobox verlinkt und für die die meine videos gucken wissen das jetzt sind immer benutzen wenn ich um die karten machen und das einfach super finde so und dann klebe ich aber zuerst ich bin noch der meinung dass die kombination mit weißer schrift bessere variante ist als umgekehrt oder kurz gucken nein ich mache das jetzt so so habe ich das gedacht so mache ich das und hier ging wie gesagt das nicht so gut raus und bevor ich mir das papier kaputt schneide reiße lasse ich das einfach dran letztes jahr habe ich mit dieser stand schablone auch schon karten gemacht die habe ich dann farbig gemacht und habe die schrift noch nachträglich mit glossy gemacht war auch recht fand ich richtig schön aber jetzt wollte hier diesen block von action weitestgehend benutzen und deswegen sind die alle relativ schlicht also ja ich finde sie trotzdem schön aber sie sind halt nicht so knallig wie das sonst gerne meine art ist ich mag das ja wenn viel farbe ist und hier was zum gucken fürs auge beim das finde ich toll aber ich kann auch durchaus schlichte karten elegant schlicht einfach und das will ich auch mal ein bisschen zeigen dass das auch geht und da ja einige diesen blog auch gekauft haben gerade auch aus meiner facebook gruppe weiß ich das dass einige diesen auch haben das ist ja mal ganz schön wenn man den hinterher sieht wie hat der jenige jeder ist ja immer anders wie man das umsetzt jeder macht es irgendwie anders und auch wenn man die gleichen sachen benutzt ist es nicht immer das gleiche ich muss heute glaube ich auch mal pause machen und jetzt also aufhören weil ich den kleber immer jetzt hier und wie nach vorne rödel weil ich nicht mehr gut gucken kann das ist noch schlechter als sowieso schon und deswegen muss ich jetzt nach diesem video für heute aufhören ich sitze schon seit ein paar stunden hier zwischendurch unterbrochen weil ich lieben besuch hatte weil ja mein mann geburtstag hatte elften hatten wir erst dann besuch und heute auch noch mal und deswegen hatte ich noch mal zwei stunden pause zwischendurch und jetzt sind sie hier wieder und ja mich zwingt niemand ich mache das freiwillig weil ich da spaß dran habe ich mache das die videos mache ich für euch also ich kaufe die sachen für euch und damit ihr seht wie man was machen kann und ich hoffe ja immer dass ich euch schöne sachen zeige also das nur noch mal dazu dass ja viele leute also zum glück nicht mehr so viele bei mir so ein video gucken und dann das video mit dem daumen nach unten versehen natürlich gefällt eigentlich alles aber ihr solltet immer bedenken dass derjenige der hier sitzt also vor der kamera sich für euch zeit nimmt und in vielen fällen dafür nicht bezahlt wird und wenn man denn da den daumen nach unten macht so ein des so hin rotz so nach dem motto ist mir doch wusste dass du dir zeit für mich genommen hast wenn ich das immer sehr unschön wollte ich nur noch mal gesagt haben ich finde das respektlos wie gesagt mir ist das wust wenn jemand sagt ein video ist nicht schön dann ist es so wie gesagt die geschmäcker sind verschieden das muss nicht jedem gefallen aber dann kann man einfach wegdrücken und das video nicht weiter gucken und muss da nicht die zeit missachten die derjenige damit verbracht hat das video zu machen weil das lebenszeit die man hier verbringt ich mache das jetzt mal so rum und die darf man ruhig wertschätzen von jedem youtuber der ein video macht er schenkt euch wertvolle lebenszeit kommt nicht wieder so und da muss ich mal gucken ob das nie da war es nicht das ist glaube ich das ist auch nicht egal ist es dir doch nicht egal ja den will ich da jetzt auch noch drin haben weil wenn ich so nicht dann sollen die da alle drin sein da kommt er hier auch noch dran muss man vorher noch gucken ob da und was noch fehlt ob mir bitte noch etwas dran machen soll oder ich mache das jetzt und und dann ist schluss für heute ich wünsche euch einen wunderbaren abend und wie gesagt ich glaube ich werde das video heute planen und nicht erst wenn ich in berlin bin dann kann ich euch nämlich einen schönen abend wünschen weil die anderen videos nämlich immer um 7 uhr hochgeladen werden dann wäre es ein schöner abend irgendwie doof ne weil es nämlich dunkel ist jetzt 19 uhr und deswegen kann ich euch jetzt einen schönen abend wünschen bin gespannt wie die euch die karte gefällt wenn ich mir das gern in die kommentare sitzen ersetzen ja schreiben so sieht die jetzt aus und ich finde sie ganz schön wenn er sowieso wie gesagt überrascht von einigen der karten die gemacht habe dass ich die dass mir die gut gefallen dass es so ein geschlicht ist aber trotzdem so ihr lieben wir sehen uns schlaft schön ist dann tschüss